Ich bin Mauro Testerini, Creative Director bei Aroma und hier haben wir die Marke als Gastgeber inszeniert. Uns war wichtig, dass wir auch die Umgebung in diese Markenwelt reinnehmen, also die Berge und vor allem auch der Himmel, der hier permanent sich wechselt und haben diese Markeninszenierung mit diesem kreisförmigen Globe inszeniert und hier quasi den Kanton in die Urner Kantonalbank gebracht. Die formalen Elemente sind relativ simpel. Wir haben uns da auch an den Kanton, das Ursprüngliche hier konzentriert und den Kreis als zentrales Element hier gebracht, in Kombination mit dem Kreuz, auch als Inspiration von der Innenarchitektur und Architektur.